Du musst dem Fels ein Stück weit eine Chance geben, sich zu wehren. Da muss ich gliffen. Da ist eine Ethik, die macht das Erstbegehen viel schwieriger, aber viel ehrlicher. Es ist verrufen, von Haken zu Haken sich zu bohren, sondern man klettert so weit wie man kann. Dann kann man einen Cliff setzen, dann kann man bohren. Es gab auch Momente, wo ich mich erinnere, als er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich die Route glättern kann. Es ist immer ein Stück weitergegangen, aber halt langsam. Es gehen zwei Züge, es gehen drei Züge, es gehen fünf Züge. Dann hat sich herauskristallisiert, dass es eigentlich zum Durchstiegsproblem wird. Scheiße! Scheiße!